So, wir machen weiter mit Kingdom Hearts 152 Days, ja, wir haben dieses Mal einen Schatten, Schalke besiegt, im Beschluss des Biestes, und was sagt Axel jetzt mittlerweile? Viel Glück! Äh, ja, was mit den Truhen? Wir hatten doch immer, ja, ich hätte mal fragen, hast du die Herausforderung abgeschlossen, das solltest du. Zeig mir, dass du kannst neben der Herausforderung für Mission 16 abschließt. Wir reden bei dem, dass du das Einsegel in der Mission erhalten hast. Gut, welche auch immer Mission 16 ist. Okay, nun hast du es in der Herzen, du hast 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 es in der Herzen. Äh, ja gut, das nächste ist anscheinend Agaba. Okay, wieder mal eine Sammelherzen Mission. Klingt auf den Herzen Blick ja nicht besonders spannend. Moment, was haben wir nur noch? Achso, mit Y-Shin zu einem Kombo. Achso. Immer wenn das Symbol auftaucht, dann... Na, kriegen wir so ein Kombo, oder wie? Wie sieht das denn ganz so aus? Na ja, wir sollen Herzen sammeln, das machen wir jetzt auch. Klappern alle ab, öffnen Truhen und ja, besiegen Herzen, das ist unsere Mission. Acht nehmen vor Feuerpflanzen. No chance. Für die Feuerpflanzen, absolut keine Chance. Die 80 Thronen haben wir auch bald gesammelt. Weißer Rezept. Ich bin da wieder Eischeminen. Ich bin da wieder Eisbasteln. Okay, und wo sind jetzt noch mehr? Ja, okay, in die Wunderlöcke können wir erstmal nicht rein. Und da ist ein Abzeichen da oben. Ein Qualabzeichen. Dann machen wir mal das hier. Im High-Pause schon wunderbar. Das ist noch eine Herzlose. Okay, einfach eine Herzlose sammeln. Einfach nur... Eine Herzlose sammeln, eine Herzlose besiegen. Das ist die ganze Kunst. Einfach eine Herzlose besiegen. Lass mal diesen Kombo-Kram. Sonst verbraht sich noch ein Item durch meine Tasten-Klapperei. Und die Items brauche ich noch. Ich weiß, was wir auch zuvor haben. Aha, eine große Rüstung und den müssen wir zuerst mal kaputt machen. Wir machen die Barrierenmeister, weil der macht dann Barriere für den Großen und das ist dann noch nervig. Deswegen muss der Große zuerst weg. Äh, der Barrierenmeister zuerst weg, jetzt können wir den Großen machen. Hm. Hm. Nein. Und tschüss. Aber es fehlen noch Herzdose. Ach, die sind wahrscheinlich wieder da oben, wo ich nicht hinkomme. Die sind ganz bestimmt da oben, wo ich nicht hinkomme. Okay, hier ist auch noch einer. Jetzt würde mir noch ein Herzloser fehlen, aber finde ich gerade nicht. Ich könnte mir auch denken, wo der ist. Wahrscheinlich genau an dem Punkt, wo ich nicht rankomme. Weil ihm dieser hohe Sprung eben fehlt. Na, ist garantiert da drüben, ist garantiert da oben. Okay, da komme ich jetzt nicht ran. Das kann ich vergessen. Vielleicht hier. Schade. Es gibt wohl keinen perfekten Abschluss. Oh, was soll's. Ja, gehen wir zurück zum Schloss. Komm, Max, er wartet. Okay. Wieder ein erfolgreicher Tag. Na klar. Wo haben Sie sich hingeschickt, Axel? Da an, wo ihr gestern wart. Meinst du, der Schloss mit dem entsprechenden Kerzenständer? Genau, ich sollte mich etwas umsehen. Und hier? Herzensammeln, Akaba. So wie immer. Wir werden langsam ein richtig gutes Team, was? Ich weiß nicht, wie lange wir einander noch an der Nase rumführen können. Entspann dich, wir kommen schon klar. Seid ihr nicht so sicher? Die sind nicht blöd. Wir können nur die Daumen drücken. Sykes und Stigbar sind vielleicht schwer zu überlisten, aber komm schon, der Mix. Autsch, Roxas, das war jetzt aber nicht nett. Aber sieh ihn doch an. Er macht die ganze Zeit nichts anderes als Sita spielen. So hat sie mir wenig Respekt. So hat sie mir zu wenig Respekt. Er arbeitet genauso hart wie... Okay, macht er nicht. Er hat bestimmt auch seine Aufgabe. Er hat auch bestimmt seine Aufgabe. Ich habe ihn zu in der Sita schon im Einsatz gesehen. Was hat er getan? Das gleiche wie du. Er erinnert die Herzlose, macht Aufklärungsarbeit. Aber er sagt von sich selbst, er wäre nicht für den Kampf geschaffen. Jedes Mitglied der Organisation befindet eine spezielle Fähigkeit. Das stimmt. Jeder ist einzigartig. Auch niemanden braucht man nicht ein Herz, um einzigartig zu sein. Ich glaube, uns zeichnen andere Dinge aus. Wie unsere Vergangenheit. Welche Vergangenheit? Kannst du dich erinnern? Das ist eines der Besonderheiten in der Mitgliedern Organisation. Im Gegensatz zu geringeren jemanden, können wir uns daran erinnern. Wer wir einmal waren. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Tja. Das ist vielleicht, was euch einzigartig macht. Wie warst du so, als du noch kein jemand warst? Ich... Oh, keine Ahnung. Groß und ganz sind genauso wie jetzt. Glückspilz, ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Glaub mir, du versäumst nicht viel. Wer braucht schon über... Wer braucht schon überschüssigen Ballast? Aber ich kann mich hier gar nicht erinnern. Nicht einmal an seine erste Woche als niemand. An meine erste Woche als niemand. Mann, oh Mann. Du hast sogar Probleme, dich an Sachen von und vor fünf Sekunden zu erinnern. Oh, vielen Dank. Ich bin wie du, Roxas. Ich kann mich auch kaum an was erinnern. Ihr wart hat so viel gemeinsam. Wie ich wohl früher war. Tja, ja. Eine tiefere Frage. Ah, den kennen wir doch aus Kingdom Hearts 2 und das andere war Naminé gewesen. Sion's Schlüssel sperrt. Hey, Roxas. Morgen, Sion. Bereit für einen neuen Tag? Sion, Roxas. Heute müsst ihr auf getrennte Mission gehen. Was? Wieso? Es sind zwei große, herzlose Nachschiedmelden aufgetaucht. Roxas, du nimmst das Schloss des Biestes. Sion, du gehst nach Aqaba. Aber wie kann... Schon gut. Ui, du schickst raus, dass du ein Schloss des Biestes? Ich weiß ja nicht. Ich war gestern dort, weißt du. Ich hab den herzlosen gesehen, den du meinst. Du kannst raus, dass ich gegen das Ding kämpfen lassen. Nicht alleine. Wenn ich beide schicke, wer kümmert sich dann um herzlose Nachschiedmelden? Ich. Du. Klar, ich bin schon groß. Aber du kannst keine Herzen sammeln. Und? Ich passe auf, dass der herzlose keinen Ärger macht und sie kümmert sich um ihn. Ist das okay, Sykes? Okay, aber heute ist der letzte Tag. Ab morgen geh dir alleine auf Missionen. Okay. Gut, okay. Wir haben noch ein Tagebuch-Eintrag. Ich war die Tür in Aqaba. Wir sind ein richtig gutes Team geworden. Und danach haben wir uns mit Axel über uns und anderen niemanden unterhalten. Die Leute sind uns noch stark genug, ihr Genechnis zu behalten. Aber Shio und ich können uns nicht an die Vergangenheit erinnern. Wie war ich früher? Tja, ja. Ich weiß es. Sag ich grüße, wenn wir heute waren. Ja, bla bla bla. Können wir uns wieder schmieden? Äh. Da reicht meine Fähigkeiten nicht für. Die Tafeln reichen dafür nicht aus. Da brauche ich noch eine Prägenaukugel für. Ja. Hm. ich weiß ja nicht ich bin in meine letzte Mission in jede Menge Lufttag gekommen bringen wir einen Mondstein und wir können tauschen Mondstein überweichen gut hier erhalten eine Lufttag ja wunderbar dankeschön soweit so gut eins nach dem anderen ja ich würde sagen von der Zeit her ja das dürfte reichen gut okay dann würde ich sagen im nächsten Part von Kingdomers 335 widmen wir uns diesem großen herzlosen im Schloss des Biestes von daher bis dann tschüss Sikowski hier 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 hier